Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah. Für die, die mich noch nicht kennen, ich lebe seit 2018 in Alabama mit meinem Mann, der wurde nämlich hierher versetzt. So, wir konnten uns das nicht wirklich aussuchen, wo wir landen und ich liebe es hier. Für die, die nicht wissen, wo Alabama ist, hier ist es. Ja, eine sehr schöne Nähe von Florida. Ich weiß, ich liebe es auch hier. Wir haben ein super subtropisches Wetter, es ist auch gerade sehr schwül warm. Draußen regnet es zwar, aber da ist eine Wand, wenn man rausgeht, so eine schwüle Wand, die einem entgegenkommt. Und ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe warmes Wetter, ich liebe die Natur und ich liebe Tiere und das finde ich hier in Alabama perfekt. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video hier mache. Ich habe auch, wie hier drüben sehen könnt, eine Instagram-Seite, wo ich viel poste über die Tiere, die ich hier entdecke, über die Landschaften, die ich sehe. Es ist so dschungelmäßig gefühlt für mich, also traumhaft schön. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen spezieller auf die Tiere eingehen, die ich hier so finde und euch ein bisschen mehr davon erzählen. Ich denke, das ist ganz schön, wenn ich das euch ein bisschen mehr erkläre, als wenn ihr euch das dann in Instagram alles jedes Mal durchlesen müsst. Der Hauptgrund, warum ich dieses Video jetzt nochmal auf Deutsch mache, ist, ich habe viele Leute angesprochen gehabt, ey Sarah, kannst du das nicht auch auf Deutsch machen? Es ist manchmal ein bisschen schwer, das Englische zu verstehen. Auch, weil ich nicht perfekt eigentlich rede, gebe ich zu. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meiner ersten Episode von Wildlife. So, das erste Tier, worüber ich heute mit euch reden möchte, ist beinlos, lang und ein Fleischfresser. Die meisten wissen es bestimmt schon. Klar, eine Schlange. Aber nicht eine Schlange, sondern meine Lieblingsschlange. Und zwar The Black Racer. Also auf Deutsch der Schwarze Rennfahrer. Aber ich mag die englischen Namen ein bisschen mehr als die Deutschen. So, Rennfahrer, wie der Name das schon sagt, diese Schlange ist nicht aus Grund meine Lieblingsschlange. Nicht nur wegen den Farben, zu denen wir noch kommen, sondern diese Schlange ist extrem schnell. Wirklich extrem schnell. Diese Schlange kann super gut klettern, super gut schwimmen und das Beste, das Allerbeste von allen, sie ist nicht giftig. Deshalb ist es meine Lieblingsschlange. Wir haben die schon ganz oft hier bei uns im Garten direkt gefangen. Also sehr, sehr interessant ist jedes Mal zu sehen, wenn die da ist. Und es ist gar nicht so einfach, die auch zu fangen, weil die, ähm, ja, sie sind eigentlich nicht menschenscheu. Sie kommen gerne in die Region rüber. Aber wenn du dann so einen Schritt nach vorne machst, einen lauten, tschung, sind sie weg. Also geht ganz schnell. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Farben. Also The Black Racer, wie der Name schon sagt, Black Black, ist am Rücken schwarz entlang, ein tiefer schwarz ist das. Der Bauch ist in einem gräulichen Ton bis hin zu schwarz. Und an der Kehle und am Hals ist diese Schlange weiß. Der Black Racer, Entschuldigung, ich hab das so in meinem Wortschatz, dass ich die Namen auf Englisch sage. Der Rennfahrer ist ungefähr, also wird ungefähr 51 bis 142 Zentimeter lang. Und die größte gemessene ist 180 Zentimeter. Ist größer als ich? Ein bisschen. 21 Zentimeter größer. Aber es ist größer. Also ein Hammerding mit diesen Schlangen hier. Am aktivsten ist der Black Racer natürlich am Tag und bei warmem Wetter. In der Nacht und wenn das Wetter kalt ist, versteckt er sich gerne unter Holzbrettern oder in Höhlen. Also da gibt es unterschiedliche Unterschlüpfe, die sich die Schlangen hier suchen. So, jetzt haben wir es. Meist zu finden sind sie natürlich auch an Waldrändern, an Feldern und an Feuchtgebieten. Und Feuchtgebiete haben hier relativ viele hier. Allgemein besteht Alabama aus einer ziemlich großen Landschaft von Bäumen, Bergen und Seen, Flüsse und Wetline, Feuchtgebieten. Also willkommen in Alabama. Ihr Lieben, wie ihr wisst, kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil und das ist Essen. Und wie ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, ist natürlich der traurige Park, dass mein lieber Black Racer gerne die Tierchen ist, die ich gerne füttere. Dazu gehören Nagetiere, Amphibien, Insekten, Lizards, das sind die Eidechsen. Manchmal, wie gesagt, habe ich das Englisch im Kopf und natürlich Böbel. Aber im Gegenzug wird sie natürlich auch gegessen und zwar von Säugetieren, Raubvögeln oder von anderen Schlangen, wie zum Beispiel der Kingsnake, also die Königsschlange oder von größeren Racern. Also wenn sie noch jung sind, müssen wir aufpassen, es sind nämlich Kannibalen. Und zu guter Letzt kommen wir zu der Fortpflanzung. Die Schlangen paaren sich im Frühling. Die Weibchen, die legen dann Anfang Sommer ca. 36 Eier ab, die dann Ende Sommer, Anfang Herbst schlüpfen werden. Darauf freue ich mich schon, weil wir haben ja jetzt gerade so Mittelsommer, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe wirklich, dass wir dieses Jahr noch ein Baby mal sehen und finden. Leider ist es dieses Jahr wirklich schwer, überhaupt eine Black Racer zu finden. Letztes Jahr kamen die Freiwilligalle ans Haus, aber jetzt wissen sie, oho, Sarah ist da, die macht eine Dokumentation über mich. Nö, nö, da kommen wir nicht. Ja, leider, Leute, hatte ich dieses Jahr echt nur eine gehabt. Letztes Jahr waren es, glaube ich, fünf oder sechs, die ich im Haus hatte, von der Black Racer. Natürlich auch andere Schlangen, aber ja, mein Liebling kommt gerne wieder zurück. Nur dieses Jahr nicht. Wir haben dazu gelernt. Also wirklich klettere Tiere kann ich so aus der Erfahrung raus dann auch sagen. So meine Lieben, das war es jetzt auch für heute schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lasst. Natürlich auch bei den anderen Videos, auch wenn die auf Englisch sind, aber hey, ich freue mich darüber. Das ist doch auch was. Dann freuen wir uns zusammen. Ihr freut euch, weil ich euch voll babbel und ich freue mich, weil ihr einen Daumen hoch lasst, ja? Ah, zwei in ein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Und ich hatte viele Anfragen gehabt von euch. Ich bin nicht weit entfernt von Florida. Der perfekte Englisch-Reden im Deutsch-Age. So, und jetzt. So, und jetzt. Jetzt bitte. Okay, dann. Die Eier ab. Ja. Ja. Das was. Das macht den Sack. Seinmal. Ja. Die Eier auch. Ja, ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.